Nummer 5 Das moderne Design des Buhngras Bottledrainer ist wie ein Quadrat aus grünem Gras geformt, in dem Flaschen und Fütterungsutensilien getrocknet werden können. Für die Freilufttrocknung in aufrechter Position werden die Gegenstände durch die Spitzen der Schale stabilisiert. Für das Auffangen von überschüssigem Wasser ist eine Auffangschale vorgesehen. Das gesamte Gerät ist spülmaschinenfest und lässt sich leicht warten. Darüber hinaus kann weiteres Zubehör wie Baum- oder Blumenspitzen hinzugefügt werden, um Zubehör wie Sauger in einer aufrechten Position zu trocknen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4 Der Buhnpatch Bottledrainer hat die Form einer grünen Wiese, auf der Flaschen und andere Babyutensilien abgestellt werden können. Die Ästhetik steht bei dieser grünen Silikonflaschenabtropfschale, die mit einem Tablet geliefert wird, im Vordergrund. Zum bequemen Trocknen werden alle Gegenstände senkrecht auf diesem kompakten, kleinformatigen Zubehörteil gehalten. Wenn er nicht gebraucht wird, kann dieser Flaschenhalter zur Dekoration von Fensterbänken und anderen kleinen Flächen in der Küche verwendet werden. Die Reinigung ist einfach, da sie durch die festen Grasflächen erleichtert wird, auf denen alle zu trocknenden Utensilien abgelegt werden können. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Der Munchkin Fold Bottledrainer lässt sich zur einfachen Aufbewahrung zusammenklappen und erfordert keine Montage. Er kann überall hin mitgenommen werden, um Flaschen, Gläschen, Sauger und anderes wichtiges Babyzubehör einfach an der Luft zu trocknen. Um die Qualität der Flaschen zu erhalten, haben die Äste der Tropfschale weiche Spitzen. Die Flaschen werden aufrecht gehalten, und es gibt zwei verschiedene Asthöhlen, um der Größe des zu trocknenden Zubehörs besser gerecht zu werden. Dieses Flaschenregal ist mit einem Wasserreservoir ausgestattet und mit dem obersten Fach der Spülmaschine kompatibel. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 Der Philips Event Bottledrainer ist praktisch und einfach zu bedienen und bietet Platz für bis zu 8 Flaschen, Schnuller, Milchpumpen und Gläser. Das elegante Design ermöglicht eine gute Luftzirkulation, während eine herausnehmbare Tropfschale das Entfernen von nicht wert und stetem Wasser erleichtert. Dieses Zubehör ist für Flaschen aller Größen und Marken geeignet. Darüber hinaus ist er leicht zu reinigen, hat ein klassisches Design und eine vielseitige weiße Farbe, die eine diskrete Platzierung auf der Küchenarbeitsplatte ermöglicht. Vor jeder Reinigung können Sie die einzelnen Teile des Philips Event Flaschentrockners auseinandernehmen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Der Munchkins Braut Flaschentrockner ist ein Flaschentrockner mit großem Fassungsvermögen, der bis zu 12 Flaschen und anderes Baby-Zubehör aufnehmen kann. Für einen sicheren Halt aller Trocknungsgüter ist dieses Tablett mit einem gerillten Tablett ausgestattet. Das Reservoir hat zwei Abflussstutzen zum einfachen Entleeren. Die Siegelscheiben und Strohhalme werden zum optimalen Trocknen senkrecht gehalten. Wiegt 68 Gramm und misst 26,2 x 13 x 26,6 cm. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017